Musa a.s. hat aus Dankbarkeit, aus Dankbarkeit hat er gefastet. Und das sollten wir lernen von unserem Propheten Musa a.s. Dass wann immer dir Allah etwas gibt, wenn Allah dich rettet, wenn du eine große Tat bekommst, wenn du befördert wirst, wenn du heiratest, wenn du einen Job bekommst, wenn du von einer Katastrophe, die verhindert wird, wenn du davon kommst, wenn dein Leben gerettet wird, wenn dein Sohn gerettet wird, wenn du bestehst, dass du Allah dankst. Du kannst fasten, du kannst Sujud al-Shukr, das Mindeste, eine Sunnah, die zurückliegt, fast vergessen ist. Fast vergessen, Sujud al-Shukr. Dass man sich aus Dankbarkeit, egal wie du dich befindest, wo du dich befindest, leg deine Stirn auf den Kopf und sag, danke, ja Allah. Danke, ja Allah. Und diese Sunde, wer macht das? Sehr wenige. Und viele schreiben es anderen zu, außer Allah. Aber Alhamdulillah, in letzter Zeit sieht man, auch wenn es im Sport ist und wenn es nicht in einer Zeit ist, in einem Sport ist, der wirklich gut ist, beim Fußball sieht man einige Fußballspieler, die nach dem Tore schießen, Sujud machen. und andere Kämpfer, die in einem bestimmten Sport auch Sujud machen. und einer dieser Kämpfer macht eine schöne Geste. Ich möchte nicht dafür Werbung machen, aber es ist eine schöne Geste, die er macht. Er sagt, er zeigt das nicht. Er sagt nichts, er zeigt nur. Und das sollten wir auch lernen von ihm. Er sagt, von mir kommt es nicht. Er sagt, von Allah. Und macht den Zustand. Wenn wir das lernen, wenn wir das von ihm lernen, von unserem Bruder Chabib, Möge Allah anfestigen und noch stärken und ihn über die ganzen Menschen siegreich hervorgehen lassen, wenn wir das von ihm lernen, dass du sagst, der Sieg kommt nicht von mir, die Kraft kommt nicht von mir, der Erfolg kommt nicht von mir, der Dank gebührt ihm, die Kraft kommt von ihm, die Hilfe kommt von ihm, der Job kommt von ihm, die Frau kommt von ihm, das Haus kommt von ihm, das Auto kommt von ihm, dass ich gerettet bin, kommt von ihm. Wenn du das sagen kannst und zeigen kannst und dich nicht schämst vor den Menschen, dann bist du ein Möge. Warum sagst du nicht, ich danke Allah? Wie hast du das geschafft? Wie haben sie 1,0 bestanden? Ja, durch Allahs Gnade. Nicht, ich habe gepaukt, ich habe gelernt, ich bin nicht schlafen gegangen, ich habe, ich habe, ich, ich, du bist nichts. Du bist nur das, was Allah dir gegeben hat. Warum sagst du nicht Allah? Mach das. Von mir ist es nicht. Von ihm ist er einzig. Möge Allah uns festigen, an uns das Wissen geben und danach handeln lassen. Amin.